Musik Das war die Einstellhalle der Sesselbahn für die Hausbergbahnen. Wir haben etwa 700 Quadratmeter Dach plus 320 Quadratmeter Fassade. Das Material ist von der Bauerschaft schon von Anfang an gewünscht worden. Wir konnten alles mit Prefalz, Anthrazit ausführen. Im Vorhinein haben wir aus der Pläne die ganzen Längen und Höhen von Fassaden und Dach ein. Und haben die Bahnen fix fertig, also sprich mit den oberen und unteren Abschlüsse, die Raufen und die First, haben wir alles in der Werkstatt vorbereiten, damit es auf Bauspiel transportiert werden konnte und dort nur noch verlegen mussten. Musik Der Brief konnte für uns zuerst die Ausschreibung machen. Das war eine grosse Hilfe für uns, weil da ist sicher schon alles dabei gewesen. Es hat alles geklappt. Später sind sie uns dann auch mit der Lieferung von Material entgegengekommen. Sie haben uns die Rollen schon als Gespalt angeliefert, damit wir nur noch profilieren mussten. Und das war für uns ein schöner Pluspunkt, dass wir die Stasse machen konnten. Präfer, das Dach stark wie ein Stier. ZDG 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 ZDG